Auf geht's, Jonas! Deutschland oder Österreich? Max Langenhahn oder Jonas Müller? Wer holt sich die Goldmedaille? Der Vorarlberger macht sich jetzt auf den Weg. Vorsprung auf den Deutschen, knappe siebenhundertstel. Startzeit perfekt gewesen im ersten, Startzeit auch gut im zweiten. Super, 7,14, Bernstaug, Jonas Müller. Oben schön rund in den Laufwinken. So, 6,7, sauber, Mittelteil. 1,12, 65, die nächste Vergleichsmarke von Max Langenhahn. Sehr beig, leichte Vorbande, neunhundertstel sind noch der Anvorsprung, aber das wird ein bisschen was gekostet haben, noch sind es 600, 123,4 kmh, so schnell war überhaupt noch keiner im Verlauf dieses Wochenende. Gold, Jonas Müller, 1,25, 47. Da verkutzt sich auch Otto Weiger, Peter Benz, Schwarzhackl und Co. Goldmedaille für Österreich. Gold geht nach Vorarlberg. Gold an Jonas Müller, Weltmeister 2023. Und das ganze Team freut sich mit ihm, nach dieser Vorgeschichte, die der Typ hatte. Ja, einfach mega geil. Vor so vielen Zuschauern, es macht so brutal viel Spaß. Und dass es für ganz vorne gereicht hat. Ich war überrascht, weil der Lauf war jetzt nicht ganz gut. Kurz war nicht geschwitzt, aber es ist sich ausgegangen und es ist einfach brutal. Total.